Reporter24.tv Na, haben Sie schon raufgeschaut? Schon Ihre Videos hier gepostet? Schon damit es vielleicht sogar ins Fernsehen hier auf RTL2 geschafft und eine unserer wöchentlichen 800 Euro Geldprämien geholt? Völlig kostenlos, was Österreich bewegt. Vom Bürger für Bürger. Und diese Videos von Ihnen haben diese Woche auch gewonnen. 100 Euro für Platz 3. Dass typische Wiener Klischees nicht kitschig, sondern durchaus auch zauberhaft und einfach nur schön sein können, ja, das beweist der tägliche Spaziergang der Lipizzaner von ihren Stellen zu ihrem Arbeitsplatz in die Hofreitschule und wieder retour. Reporter24.tv-Userin Ranka hat dieses typische österreichische Kulturgut für uns mit ihrem Handy festgehalten. Obachten und zeigen auch Sie, was täglich rund um uns so passiert. Damit zu Platz 2 und 200 Euro Geldprämie. Ja, zwei Promis, die jedermann kennt, denen man aber wohl nur ganz selten so nahe kommt. Barbara Wusshoff, bekannt aus vielen Serien, wie die Schwarzwäldklinik beispielsweise oder Traumschiff, auf ihrem Weg ins Café Landmann. Und Niki Nationale-Lauder sich als Stargast bei der Eröffnung der Admiralsportbahn Wiener Hauptbahnhof den Fragen der Fans stellt und mit seinen Antworten wieder mal für einen wahren Hype sorgt. Waren, das ist das noch nicht. Welch heißt das? Ja, das ist ausweist. Und das ist unsere Nummer 1 der Woche. 500 Euro gibt's dafür. Ein Video, das jegliche Art von Winterdepression ganz einfach mit einem Schlag verschwinden lässt. Weil's einfach nur schön ist. Reporter24TV-User Verniversum taucht mit seiner Kamera auf dem Malediven in eine Welt aus bunten Korallen und exotischer Fische ab. Ja, und freut sich darüber, auch andere Menschen an dieser Faszination teilhaben zu lassen. Haben vielleicht auch Sie derart einzigartige Urlaubs- oder Reiseerlebnisse gemacht oder Spannendes in dem Umfeld erlebt, als mit dem eigenen Video ins Fernsehen schaffen und insgesamt 800 Euro pro Woche an Prämien holen.